Hallo, ich bin der Peter Dwayne aka Mikongai und ja, mein neuer YouTube Channel ist raus. Versteht euch, was ich meine? YouTube Channel und so. Und ich möchte auf den Kanal, ja, Clash of Clans, so andere Spiele von Supercell wie, naja, Simpsons ist jetzt nicht von Supercell, aber ich finde das ganz cool. Clash of Clans, vielleicht Boom Beach, ja, Pixel Gang und Flash, also nicht Flash Games, also Apps für Law, die ich mal vorstellen kann. Und vielleicht wird das, vielleicht wird dann noch ein Format kommen, wenn ich ein bisschen mehr Leute sehe. Und es wäre auch schön, wenn Springfield mal starten würde, was es aber gerade nicht macht. Ja, ach, endlich. Oh, ja, hm, ja, toll. Ich war jetzt seit längerer Zeit nicht mehr drauf. Oh, leckt das mal bitte so. Scheiß auf, ne? Nee, natürlich nicht. Ich habe gerade schon ein Video aufgenommen. Und ja, äh, ja, das war so kitschig, ich wollte mich erschießen, aber ich habe das nicht getan. Ja. Ja, hey, was ist das mit der? Jetzt war ich eine Schlampe. Oh, nee, ich habe schon gedacht, dass 90 Tage Kraut ist gewachsen. Oder 90 auf jeden Fall. Ja. Ich habe gedacht, ich starte es mal so mit einer Springfield-Runde, ist ganz chillig. Ich werde auch mit meinen nächsten Videos, was gleich kommen wird bestimmt, äh, äh, ja, Musik einfügen. Also, dead fucking Adam, DFA und, ja, so ein bisschen im Hintergrund laufen lassen. Ich hör mir das mal an, ob das gut ist. Jo, ich hoffe, ich hoffe euch gefällt das, weil es gibt viele Spassies auf YouTube, wie Bibis Bums Bunga, Sami Salami und andere. Das Auto macht Brummen. Nein! Wirks aber mal. Witch of moment of my life. Oder so. Best English ever. Wie, ich bin zu arm. Huch und so. Boah! Homos Ballett! What the fuck! Ich will das haben. Aber ich sehe einen indonesischen Gartenbär. Und sonst. Läuft das überflüssig, bis ich Deutsch schwöre. Ja, was gibt denn noch groß zu erzählen? Tschüss. Ne, war ein Spaß. Spüren das noch ein bisschen weiter. Ja, ja, bliblablub. Spüren das noch ein bisschen weiter. Wir lassen mal Milhouse feiern. Und sie auch feiern. 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 Und die haben richtig Partylaune, sehe ich hier. Oh, richtig Party. Der Lehrer sogar. Und der Hausmeister, natürlich. Oh, der hat was anderes gehabt. Alle gehen feiern. Los! Party hart. Ja, so ein fettes Kind. Ah, Bibliothekkind. Fetter als die Polizei erlaubt. Naja, was soll ich denn sagen? Ich bin schon ein bisschen weit in... Ja, in Springfield. Ja, auch nicht so unbedingt weit. Ich hab da jetzt seit Länge nicht mal gespielt. Aber so als Anfangsvideo ist das eigentlich ganz chillig. Oh, dreimal Bombe. Nee, sogar noch zweimal Bombe. Ey. Wtf. Wtf. Da hat er keine... Da hat er seinen kleinen Pimmel am Anfang. Nein, ey. Ich schwöre. Ja. Wir haben ja von ein Event. Irgendwas. Ja. So. Dann bleibt mir zu sagen. Tschüss. Wenn irgendjemand das sieht. Wäre nicht schlecht, wenn ihr mich abonnieren würdet. Ich weiß, ich... Hör mich ziemlich jung an. Bin ich auch... Naja. Jetzt bin ich kein siebenjähriges Kind auf YouTube. Schon etwas älter. Ja. Aber trotzdem. Irgendwie wollte ich das viel später machen. Aber... Da ist mir diese Möglichkeit gekommen. Das ist voll komisch. Okay. Hören wir auf. Lass ein Like da. Wenn das überhaupt jemand sieht. Oh, warte. Ich hab gerade Marke... Ich hab gerade Marke... Frau Merkel gerade gesehen. Nee. Wollte ich nicht sagen. Nein. 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 Fuck it. Halt's Maul. So. Nein. Ich werde nicht den Busch verschieben. So. Ich würde sagen. Chilli Deli Dai. Chilli. Warte. Jetzt. Tschüss. 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 Ey. So.